Hallo, da bin ich wieder. Heute geht es um zwei Sachen. Es geht um Zeit und es geht um Geld. Das Problem, das ich bei meinen Schülern gemerkt habe, ist, dass man, wenn man aus dem Englischen übersetzt, dann denkt man, es sind immer die gleichen Wörter. Also spend time, spend money. Es geht auf Englisch, auf Deutsch leider nicht und wir schauen uns jetzt verschiedene Wörter an und schauen. Manchmal ist es das gleiche Wort, so wie zum Beispiel. Man kann Zeit sparen, man kann Geld sparen. Ich spare Geld, um einen Ferrari zu kaufen. Ich weiß nicht, warum ich immer Beispiele mit Ferraris habe. Ich bin gar kein Fan von Luxusautos, aber ja, vielleicht ist das mein Unterbewusstsein, dass ein Streich spielt. So und Geld sparen, also okay, das war Geld und Zeit sparen bedeutet, zum Beispiel, wenn ich nicht mit dem Bus in Urlaub fahre, sondern mit dem Flugzeug fliege, dann habe ich Zeit gespart, hoffentlich. Also safe. Dann gibt es das Wort verschwenden. Zeit verschwenden und Geld verschwenden. Bedeutet nicht sinnvoll verbringen. Also Zeit verschwenden ist, ich wollte, was wollte ich machen? Ich wollte Videos für euch aufnehmen, aber stattdessen habe ich mein Handy genommen und dann habe ich Videos auf YouTube angeschaut von verschiedenen Leuten und habe eigentlich nichts sinnvolles gemacht. Das bedeutet, ich habe die Zeit verschwendet und Geld verschwenden. Okay, das kennen wir alle gut. Ich gehe in die Stadt, ich gebe 100 Euro aus und dann komme ich nach Hause und denke, okay, was genau habe ich gekauft? Und dann verstehe ich, hm, eigentlich nichts sinnvolles. Das ist verschwenden, also waste. Und dann haben wir noch Zeit, genau, hier wird es unterschiedlich. Zeit kann man opfern und Geld kann man spenden. Also spenden ist donate, ich spende Geld an das Rote Kreuz, an Caritas, an Greenpeace und so weiter und Zeit opfern. Das bedeutet, meine Zeit ist wertvoll. Ich möchte sie nicht einfach so verschwenden, aber ich opfere meine Zeit für etwas Wichtiges. Zum Beispiel jemandem, um jemandem zu helfen, um so etwas zu machen, genau. Dann gibt es noch spend. Das ist das englische spend. Zeit verbringen und Geld ausgeben. Das ist der ganz, ganz typische Fehler immer. Die Leute sagen Geld, Moment, Geld verbringen oder Zeit ausgeben. Also, ich kann keine Zeit ausgeben, ausgeben kann ich nur Geld und das ist neutral. Das ist nicht waste oder so, das ist einfach, ich habe gestern in der Stadt Geld für etwas ausgegeben oder ich habe viel Geld ausgegeben. Das bedeutet, I spend a lot of money, okay? So, das ist das. Und dann gibt es das Wort spendieren. Das hatte ich schon in einem anderen Beispiel. Spendieren ist jemandem etwas ausgeben, für jemanden bezahlen und dieses Wort wird oft mit dem englischen spend verwechselt. Das ist nicht das gleiche und spendieren ist nicht das gleiche wie spenden. Also spenden bedeutet für einen guten Zweck Geld geben. Zum Beispiel rotes Kreuz, Caritas und so weiter und spendieren ist, wenn ich jemandem etwas Gutes tun will. Ich möchte, weiß ich nicht, ich gehe mit einer Freundin Cocktails trinken und ich spendiere ihr einen Cocktail. Das bedeutet, ich bezahle für ihren Cocktail. Das ist spendieren, okay? Oder ich kann zu meiner Tochter sagen, okay, du warst heute brav, ich spendiere dir ein Eis. Das bedeutet, ich kaufe dir ein Eis, ja? Okay, ich hoffe, dass es ein bisschen klarer geworden und wir sehen uns im nächsten Video. Danke, ciao!